hallo freunde jetzt noch mal wieder zurück ein bisschen neu ausgerüstet und der klaus ich möchte doch bestimmt eine neue runde beginnen oder warum nicht heute macht das mal ich wollte doch mal ganz kurz noch mal was schauen und zwar das könnten auf jeden fall noch mal das wäre noch mal eine ganz interessante sachen und dann glaube ich hier war das auch noch mal genau das hier das nehmen wir noch mal ich werde mich gleich mal ausrüsten mit dem bogen ich habe jetzt auch diesen naja sperr ist es ja nicht direkt was ist denn das doch so was ähnliches wie ein spär und hier ist dieser morgenstern der macht eigentlich richtig böse damage hier bist du soweit ich bin soweit ich warte nur auf dich spannend wie eine haubitze ohr ist das rino king ja ach du rino king hatte ich auch gerade im visier gehabt oder rino black also haben wir beide wieder im gedanken anscheinend das ist der rino könig ja das ist der rino könig ach du scheiße er weiß gerade nicht was man jetzt nur einmal gesehen aha also richtig weiß doch nicht was er machen soll das ist der rino und jetzt sieht auch gut leben ab wenn du ein bisschen warte ist immer mit schaden austeilen dann kriegt der akku auf dich und dann hab ich wieder ein bisschen ruhe aber sobald ich wieder drei zwei drei pfeile geschossen habe also ich kann jetzt schon mal sagen der hat eine menge leben ja ich merke das schon er macht hier noch keine ansteigen der kollege ähm so zwischen den folgen gerade haben wir noch mal ein bisschen an den ton gearbeitet und ich hoffe das wird endlich besser also das mit dem ton das kürzt mich langsam echt an äh in den letzten folgen kann das ab und zu mal sein ach du jetzt hat er mich überrannt ja äh in den letzten folgen kann sein dass der ton ab und zu mal so kraxel gerade wenn ich so ein bisschen lauter bin das ist echt nervig dann haben wir noch mal sämtliche einstellungen umgestellt jetzt sollten wir es eigentlich einen griff gekriegt haben wenn er mich jetzt noch mal so richtig weg das hat ordentlich schade macht ja ja ich kann aber auch mal ja die morgenstern raus und schon macht ja ich glaube 107 schaden oder sowas es sollte mir schon ordentlich wehtun den kollegen wo jetzt bin ich vor ihm das ist nicht gut ich habe keine ausdauer und nein ich habe keine ausdauer mehr ja ich kann auch nicht denkt immer auf dich dabei ja ich habe keine ausdauer ich kann nicht schießen und davon voll daneben er macht mich schade also jetzt mussten wirklich akku ziehen ich werde das schild ein bisschen nehmen und ein bisschen oh 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 ah das schild geht ok in grad ist er bei mir ist alles noch gut in grad ist er bei mir noch schon banty laufen komm herr hier du als könnte ich ein paar gute schläge vorsitzen ich werde mal den sperr ausprobieren bisschen auf abstand auch zu halten sieht gut aus ich habe gerade keine ausdauer mehr wenn ich pumpe erstmal ja mit einem gegner geht es auf jeden fall besser ja als mit fünf ja ich dachte mir also die eine reichbar reicht nein keine munition also ist glaube ich eine ganz gute taktik hier in den kreis mit dem rennen mein bogen ist bald kaputt ich habe schon um die weg dann wirklich schossen ja oh nein das hätte ich gerade keine ausdauer du machst das schon ich kriege gerade gar keine akku mehr von ihnen egal wie viel schade ich gerade raus hole ja weil ich die ganze zeit weiter beschießen war ein feiner und ich werde noch mal die manche annehmen mit dem ich ein bisschen schneller unterwegs so ganze zeit unter den zu bleiben bei den sitzen denn auch jeder ich habe keine ausdauer mehr ich kann ihn zurück drängen mit dem schild ist doch gar nicht was hartnäckiges eine schlechte position oder ich dränge zurück ist okay ich pumpe erst mal er kommt wieder zu dir den werde ich auch mal ganz kurz ausdauer holen jetzt gibt es doch gar nicht stehe immer ab und zu mal vor ihnen krieg ich mal ab und zu mal eine mit dir sind es jetzt krieg ich vielleicht wieder akku ist ja wunderbar da kann ich mal pumpen das du hast du hast du hast er ist echt übel aber ich hab uns oder Oh, 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 oh. Jetzt muss ich aber auffressen. Jetzt sollte ich echt noch mein Leben auffressen. Auf, und das war's. Solange das Schild hält, ist alles gut. Ja. Okay, ich danke kurz mal Ausdauer. Ich wundere, dass wir uns auch nicht gegenseitig Karolien haben. Ja, ja. Die Spannung steigt, volle Konzentration. Die Ränge jubeln. Okay, ich hab auch schon wieder fast halbes Leben. Also, mein Schild hält nicht mehr lange durch. Ja. Vielleicht noch ein Viertel, wenn's hochkommt. Er muss dann mal weit fallen. Ja, wir haben ihn! Ja! Gewonnen! Oh, alter Schwede, das wollte's kosten. Juhu, juhu! Der wollte's übel. Aber ich böse. Hat der Loot, ne? Kein Loot? Ne, warte mal, ich hau mal ein bisschen drauf. Ich will mal gucken, was da rauskommt würde. Normalerweise sollte ich noch einen Kopf geben. Ja, da kam nix. Besonders nur Fleisch, Knochen und Haut. Ja, das war jetzt hart. Ich hab nur noch 14 Pfeile. Ja, das war doch mal ne gute Entscheidung. Der Kampf war gut. Ja, der gute Brauchte, jetzt sowohl, äh, kein, äh, kein Schwarz machen wir. Warum nicht? Nö, na, jetzt haben wir die König schon kaputt, ihr Hohen. Ähm, ich hab auch noch was anderes Schönes. Ich hab mich ja mal unsicht bei ihm macht für die Gegner, ja. Ähm. Und zwar... Eins, zwei, drei. Denk dran, nicht so viel. So. Nein, das wird jetzt nicht zu... Aha. Ähm. Warte mal, wie mach ich das am besten? Ich mach das Tor auf. Ja, die sehen aber gut aus. Die sehen echt gut aus. So, auf geht's. Das ist ein bisschen wieder zu leicht, wa? Ah ja. Ein Schlag. Warte, da hängt noch einer noch. Aber die haben schöne, schöne. Das war zu einfach. Das war zu einfach. Alles klar, denn, ähm... Pass auf, jetzt. Pass auf, mein Freund, pass auf. Wahrscheinlich werden sich alle schon vorm Bildschirm denken, macht doch mal endlich den Drachen. Nein, den Drachen mach ich noch nicht. Was waren Kappa, 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 Kappa. Achso, ja, Kappa waren, waren diese Schildkröten. Ähm, Monster, Boss, Shrine, Kings? Was waren Monster, Boss, Shrine, Kings? Fühl an. Wollen wir einfach mal raushalten? Ja, das war sie richtig böse. Ein Monster, Boss, Shrine, Kings. Dann los. Aber nur einen. Nur einen, ja. Äh, okay, den haben wir wirklich noch gar nicht gesehen. Also, den haben wir wirklich absolut noch überhaupt noch, überhaupt nicht, noch gar nicht, noch nicht gesehen. Ich glaube, warte mal, bevor ich den rauslasse. Äh, was ist das? Bleib ruhig, bleib ruhig. Ach, du siehst ja schon ein bisschen was, ja? Ganz bisschen. Ganz bisschen, ne, warte. Ich mach mal wieder in den G-Modus. Jetzt hast du einen geklemmt. Ah. Was ist das? Das ist der Giant King. Besser? Oh ja, er kommt. Okay. I mean, now auf mich? Ey. Das finde ich gut. Warte mal, ich glaube, ich nehme mir auch immer den Bogen für den Anfang. Lass doch mal stehen. Hallo? Also immer noch hinter mir hinterher. Ich treffe ihn da an, dauernd an der ganzen Bände. Was ist denn das? Weil der ist schnell. Jetzt haut doch's, jetzt. Ich hab gedacht, der haut überhaupt nicht erst zu hier. Nee. Der ist schnell, ja. Ich kann, ich erwische den auch nicht wirklich. Äh, warum kriechen die nicht? Stirb, hat er gesagt. Hast du gehört? Der redet mit uns. Ja, der redet mit uns. Warum kriechen die nicht? Was, die Götter? Was hat der gesagt? Das ist bei mir gerade gar nichts. Bei mir hat er gerade nur gesagt, stirb. Irgendwie... Kann ich dir in keinen Schaden zufügen? Ja, ich irgendwie auch nicht. Sei verflucht. Der fügt mir auch keinen Schaden zu. Hä? Ja, jetzt hat er bei mir auch gesagt. Die Götter werden dich... Was ist denn das? Ist er weg? Hast du dich getötet? Ja. Da hast du nochmal einen. Zwei? Ich hab doch nur einmal geklickt. Geht nicht. Achso, er ist ja... Er ist ja tot. Jetzt stirbst du. Ja, anscheinend er nicht. Okay, dann ist der hier anscheinend verpackt oder so. So, er ist ja... Okay, dann ist der hier anscheinend verpackt oder so. So, er ist ja mal... Fuck. Cut. Cut. Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Das war ein Wengenfly. Wengenfly-Libelle. Ja, hier der neue Gegner. Attacke! Au! Rechte ich getroffen? Tot! Au! Entschuldigung. Ich wollte nur mal gucken, ob noch alles gut ist. Au! Okay, dann renn mal du rein. Mach mal was Schönes. Aber warum der hier jetzt kein Schaden gemacht hat, das verstehe ich nicht. Vielleicht ist der noch nicht so weit. Zumindest wissen wir schon mal, was der Scheintgegen ist. Das ist doch schon mal viel... Oh, der sieht aber auch ganz schön böse aus. Ja, ich glaube, der teilt auch gut aus. Das ist mein Ding, der ist schön schnell und hat, äh, bestimmt noch eine ziemlich große Reichweite. So, ich weiß, was ich sporene. So, jetzt. Aber... Aber... Dazu muss ich zu dir kommen. Hä? Achso! Äh... Das hat da drin wahrscheinlich keinen Platz, wa? So. Ich muss mal hier hinten an der Seite hinstellen. Komm, wir töten den Klausi vorher, bevor er spawnen kann. Hahaha. Mal gucken jetzt. Ah, da. Ui! Huch! Was ist denn, wenn du eine Schlange mit Pfeil im Bogen zu treffen, ist schon gar nicht so einfach. Sie ist tot. Was? Sie ist tot. Ich wollte auch mitkämpfen. Hm. Geht's aber schnell. Dann mach ich's mal anders. Warte, 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 warte. Mal gucken, was es da sagt. Mein Bild verzerrt hier grad so ein bisschen. Wenn ich laufe, seh ich meinen Bogen zum Beispiel doppelt. Oh, das ist ja noch einer. Aua. Ich hab keine Munition mehr, nein. Ah, die sieht doch schon ein bisschen stärker aus. Nein! Die macht kein Gift, ne? So wie die andere Schlangen. Das ist ja auch eine Anaconda. Wie das trotzdem sein können, dass sie hier euer Gift austeilt. In dem Spiel. Wohl sie eigentlich mehr wie eine Teppichpython aussieht. Aber jetzt kommt der Experte. Also, ich krieg irgendwie immer einen Dauernschaden, ja. Oh, die hat aber jetzt gute HP, oder? Ja. Was hast du gemacht? Äh, dieses Held Plus Plus. Herzlichen Glückwunsch. So. Hey Schlange, geh mal auf den Klausi, bitte. Tu mir mal den Gefeind und geh mal auf den Klausi. Lauf mal weg. Oh, wie halte ich denn hier an meiner links? Oh, ich bin nicht tot. Okay, die hat meine... Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Die hat meine... Die hat meine... So übel? Ja, die macht richtig guten Schaden. Die hat mein Schild hier so kaputt, die Bissen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Das ist nicht gut bei der Schlange. Die hat meine Schild. Das bringt nichts. Attacke. Was hast du, nein? Ich bin tot. 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 plus jetzt noch ja bist du verrückt muss laufen dann läuft nicht mehr möchte helfen gleich wieder hat neuerdings guckst du zu ja hatte ich so gerade hier meine karte aber genau längst immer auf dich nur kurz ein bisschen ausrüsten so doch lebe ich ja doch bewegt euch zu schnell ihr schlängel jetzt war ich von irgendwas getroffen ich glaube von der schlange jetzt habe ich wieder akku standbild das connect bis gleich ja bis gleich